Ist das geskriptet oder ungewollt? Ich glaube, das ist geskriptet. Ich glaube, das ist geskriptet. Ich glaube, das ist geskriptet. Super, wir haben nicht mehr viel Klammer für Flüssigkeit. Aber wir müssen jetzt hin. Das ist ein ganzes Nest hier. Gut, dass wir jetzt nochmal ein bisschen hier kriegen und so. Nein! Nein! Nein, oder? Nein! Oh nein! Okay, es hat doch gespeichert. Boah, ich dachte jetzt, jetzt kommt der GAU und es hat nicht gespeichert. Achso. Oh! 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 Oh Gott! Nein! Ey, wie dumm ist das denn jetzt? Wir müssen uns den Flammenwerfer aufsparen. Genau. Gut. Dann werden wir das natürlich jetzt mit der PUMPGUN erledigen. den Rest. Dann sparen wir uns das Flammenwerferöl für Notfälle auf. Warte, wir müssen noch ein Medikit nehmen. Ich wette mit dir, das ist alles zu spät oder so. Oder irgendwas passiert dann noch. Ich weiß es aber nicht. Wir müssen jetzt hier diesen Gang entlang laufen. Da wollen wir Munition. Ich glaube hier durch rosten bringt nichts. Wir haben jetzt 100 Flammenwerferflüssigkeit. Ich weiß nicht, was mich da erwarten wird. Oh mein Gott, wie weit mich das Alan hier weggerissen hat von der Schleuse. Das ist ja krass. PUMPGUN. Was muss ich denn erzählen? Ey, das ist doch scheiße, Mann. Über diesen Facehacker. Ich glaube, die ernähren sich von Tieren und nehmen das Ganze dann mit. Alles gut. Alles gut? Alles gut? Alles gut. Ich meine, das ist doch ganz viel passiert. Ich weiß nicht wie weit ich mich gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das spannend. 100 Flammenwerfer, Pumpgun. Wir haben auch keinen Molotow-Cocktail mehr. Das ist scheiße. Wir haben alles aufgebraucht, was es gibt. Alter, wo bitte denn? Wo bitte denn her? Ist doch scheiße. Ich will doch einfach noch abhauen. Und dann sowas hier noch. Ehrlich. Gut, dann machen wir das jetzt so. Pass auf. Und jetzt nochmal ein paar Medikits. Musst uns jetzt immer und immer wieder machen, den Scheiß. So. Wir dürfen hier keine Neste übrig lassen. Ich glaube, die wollten mich vernaschen oder so. Genau, wir wollten ja ein Medikit nehmen. Dann noch eins. Ne. Nehmen. Drei Stück haben wir noch. Gut. Jetzt geht's los. Jetzt schaffen wir das auch hier raus. Hoffentlich. Wo ist denn bitte hier noch so. Ach, das Biest war das. Oder wie? Doch, wo müssen wir jetzt hin? Nach links, oder? Nach rechts geht's ja nirgends. Was ist vorhin, ne? Gott, wie es hier aussieht. Das ist ja schon alles kaputt. Alles schon richtig kaputt. Kann man einfach nicht schneller durch, weil. Ich glaube, das ist extra gewollt, dass wir hier hingehen. Jetzt würde ich mal einen Flammenwerfer nehmen. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Wir haben ja Angst vor dem Feuer. Jetzt sind wir wieder hier. Alter. What the fuck. Jetzt ist der Aufzug komplett im Arsch. Können wir jetzt hier noch lebend raus schaffen? Ich hoffe ja. Oh, ich bin so angespannt. Man hat jetzt kein Molotow bauen. Das ist doch scheiße, Mann. Ich will einen Molotow bauen. Aber wo sind wir denn hier überhaupt? Ich erkenne den Ort ja nicht wieder. Ich glaube, die haben auch Angst vor Leuchtfackeln und so. Die Aliens. Werkstatt. Ah, hier speichert es auch automatisch. Ach du Scheiße. Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. someone. Okay. Zuck'n ab! Zuck'n ab! Alter! Boah, heftig! Richtig heftig! Warum Revolver-Munition, für was denn? Ich frage, kommen wir überhaupt hier wieder raus? Ich glaube, nein. Wir müssen durch den Schacht. Hier wird auch nochmal gespeichert. Alter! Alter! Oh nein! Was? WTF, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Achso, da komme ich nicht hoch. Ach, vielleicht soll ich nach unten klettern. Ach so.